ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen game zu einem neuen video heute das erste mal in vr wir spielen heute ein mod fürs half life alex absoluter hammer ich habe es noch einfach nur sick und jetzt heute spielen wir gunman chronicles mal etwas neues zum ausprobieren wie gesagt ist ein mod so eine art hitman mod muss irgendwo in irgendeine mission erledigen und wieder raus und es gibt bis jetzt zwei stück davon und wir machen jetzt mal eine davon wird als erstes würde ich sagen das drücken die taste nice okay jetzt muss ich da noch schnell gucken so okay also jetzt sind wir ready da gaan wir raus und da ist neues yeah boop und let's go 9 sekunden 7 kills 7 headshots das geht besser jetzt haben wir keine munition verdammt gut machen wir das dann kommen wir wieder ein wenig in flow also jetzt normal richtig 6 27 ok sehr gut dann als nächstes müssen wir so wie es aussieht dahinter es ist einfach nur hübsch es ist einfach nur hübsch a n b sepp ist der was totgemacht hat das vierheck am boden müsst ihr euch übrigens nicht fragen das ist dass ich da nicht ins züge rennen will ich habe dafür nie eine wende ich finde das mit dem vierheck ist irgendwie attraktiver als so komische band ähm ja also das ist mission haben eliminate and retrieve 600.000 the basque aron okay leave to start the new leave to start the contract okay ja dann können wir mal schauen was da abgeht man contracts chapter 2 art of war ja leute ich muss euch sagen vr ist einfach nur eine geile sache man es ist einfach nur eine geile sache es macht einfach bock ich habe es jetzt seit etwa zwei wochen und ich mache fast nichts mehr anders aber das hier sehe ich jetzt auch gerade wie ihr zum ersten mal ich habe nur ein video gesehen von so einer mod zusammenstellung dass es das gibt und ähm ja jetzt habe ich gedacht ich versuche das einfach mal gell haben wir da gut wenn ich eigentlich knarre schon in der hand man was soll das also dann haben wir mal das da was ist das auch energie angezeigt oder so ah nice okay push the button to toggle music boop 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 track style das geht nicht irgendwie wie so auch immer egal gehen wir mal da oben haben wir jetzt da oh da jetzt lüte enter the building okay schönen guten tag miteinander they can see your gun keep the pistol hidden to maintain the element of surprise äh nix knare seli hei i'm sorry sir but the building is closed off for a private event was closed der schiller gegen hause du mann du und du wir kommen jetzt auf den sack rüber aber es ist cool ich greife mich nicht an wenn drei hei da ist nichts du 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 grüezi miteinander grüezi so und jetzt he's got a gun okay du und okay 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 ha 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 macht fucking bock man hey boop 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 alter ich sage dir es ist einfach nur geil man es ist einfach nur fucking geil new object get the id card which id card man ja ja wir haben knarren dabei hei gehen doch schreit man so den scheiss kannst du gut zusammen lesen du hund das das kannst du auch gut zusammen lesen man das kann man leider nicht nehmen schade wenn wir da was ist das schönes was armtaschen ah okay ah look da id card hübsch man kann nur eins okay ja dann können wir mal weiter schauen was wir da so haben da ist niemand wie gesagt ich muss mich noch etwas daran gewöhnen darum muss ich ab und zu den Boden schauen dass ich da nicht mein halber Zimmer kaputt schlagen da boop hoop woop boop huuuup edor dort ist Opa schauen wir mal woher hier kommt ah schaue da hm Ähm... Ey, Fett, Alter! Okay, okay. Irgendwie ein Gefühl... Oh, das näher an die Wand geht. Ja, da... Ja, vielleicht kann es schon raus... Ach du Scheisse! Nimm doch ein neues Magazin, so! Ja, Brudi? Haben Sie genug? Hä? Haben Sie genug? Hier können wir das Bier haben! Oh, schau, da ist die Hua! Hört jetzt aber da oben, Mann! Ist die geil von da oben runterfetzen, Mann! Scheisse! Sonst kann man leider nicht nehmen! Oh, wie? Was haben wir da für einen? Kaputti Brudsen! Hey, das geht sogar! Alter Vr ist einfach nur geil, Mann! Schau! Schade, Gläser gehen nicht! Da ein bisschen Unruhe stiften! Ja, nimm den Scheisse! Was ist denn da? Hast du das Zeug? Was haben wir da? Du Scheisse, Mann! Gut, aber wir sind ja da unter Druck! Ah, da gibt es schon etwas! Das ist ein neues Objekt! Hunt down Aaron Vask! Oh! Komm! Komm! Da habe ich das Töpfchen! Verkauf! Du weisst, ich schieße schlecht! Ich habe das Gefühl, da kommt plötzlich wieder etwas von hinten oder so! Du Hund! Einfach aus dem Nichts springen, man. Es läuft mit Tieren ein. Sehr schön, sehr schön. Jungs, wir sind am Start. Jungs einfach von hinten, Mann. Scheisse. Die Lautung in einer Sache. Ich bin schon noch nicht durch. Schauen wir uns erst an, dass es nicht wieder eine in den Rücken fällt. Da ist es safe. Ah, da geht es. Was hast du noch erwartet, Mann? Was hast du noch erwartet, du Hund? Was hast du noch erwartet, Mann? Was ist da? Ah, das wäre eben die andere Türe gewesen. Gut. Scheisse, Mann. Wer? Warte, oben. Oh, ich gehöre schräg. Nimm doch eine Magie. Wo? 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 Hehehehe. Du hast noch hübsch da, he? Scheisse, Mann. Tausige Wäge. Gehen wir mal durch. Gehen wir da hinten. Ist gut, ha? Ist gut. Du hast denn einen? Das ist gut. Wir werden da hinten ran. Wim und nur. Du hast ihn, wenn wir dran. Wir sind jetzt noch dran. Das ist gut. Du hast ihn jetzt, der ist gerade zu sehen. Du hast ihn, den kam. Oh, 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 oh. Stirb. Scheisshäufe, Mann. Okay, 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 okay. Und gut. Hunt down, Aaron, Wask. Wask. Dann können wir doch mal da oben wirklich sagen, wenn da oben... Ist die Scheibe dort, wo die Druckwelle kaputt ging oder hat da vorhin keiner durchgepätzt? Bis jetzt sieht es ruhig aus, hm? Steht er einfach hinter der Tür, Mann? Bis jetzt ist ruhig, hm? Hübsch, hübsch. Ah, und die Details, das Räuchle, die aufgestiegen ist und... Shit, Mann. Arg. Was heißt arg? Hübsch, 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 hübsch. Gut. Safe. Safe. Gehen wir mal weiter dann. Ja, dann kann man... Hm. Na ja, dann gehen wir weiter. Das Gefühl... Okay, die Kamera kann man nicht kaputt schiessen. Jetzt bricht sogar noch meine Stimme. Wer los? Huff. Was? Okay, der ist verpackt. So, wie sonst... Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Eben, wie gesagt, das ist noch... Äh, ein bisschen verpackt, ab und zu. Das habe ich auch gelernt. Gelesen. Also, gelesen. Er liest schon heutzutage. Ist einfach geil, Mann. Ähm. Das hat er auch im Video gesagt, das ab und zu... So, Fehler kann kommen. Wie wir jetzt gerade gesehen haben. Aber, äh... Ja. Jetzt leben wir noch, he. Alles gut. Alles safe. Was früher nachladen, Mann. Das wie vorig. Das ist tödlich. Absolut. Jetzt gehen wir mal in die Richtung, wenn von da Gegner kommen. Mehr wahrscheinlich. Da, nicht so falsch sein. Ah. Das wäre jetzt die andere Seite gewesen, he. Ja gut, also. Scheisse, Mann. Können wir jetzt einfach... Gut, hätte man in die Ecke können, he. Funktioniert das? Funktioniert tatsächlich? Ach, du Scheisse, wie geil. Ja, dann. Äh. Schlägenhäuser sind immer Scheisse. Wir führen auch schon Schritt. Johohohoho. Oh, ich muss mich schnell... Scheiss Kabel. Oh, das Kabel hat sich verwickelt. Aber ich habe jetzt etwas bestellt, dass das in Zukunft nicht mehr passieren sollte. Und gerade so da... Stegenhäuser... Äh. Ach, du Scheisse. Das ist scheissig. Kannst du noch warten? Äh. Roof. Der Roof is on fire. Jetzt muss ich mich noch einmal schnell entwirren. So. school. Huch! Jo, okay. Das ist alles zu. Okay. Fucking Batman. Jumpte! Schnell, schnell, schnell! Ich spüre das mal, noch einmal kommt wieder einer irgendwo hinter der Ecke. Gefährlich, gefährlich! Ah! Ah, jetzt habe ich eine Welle! Oh, Puls 300, Alter! Es ist noch irgendwo einer, oder? Wo ist er? Scheisse, Mann! Fuck that shit! Fuck that shit, Mann! Huh! Alter, habe ich schon gesagt, ich bin überliebt, Mann! Und wenn ich nachher noch mein Kabel habe, dass ich mich da richtig nice bewegen kann, dann wird das richtig super, weil jetzt ist einfach da immer so, je nach Bewegung, Kabel im Weg. Und ich finde es einfach nur geil, dass man richtig mit dem Auge zielen kann. Das ist einfach... Alter, ich bin jetzt Gamer, seit ich nicht denken kann, aber das ist einfach ein komplett neues... Fucking Erlebnis, Mann! So, woher gehen wir? Irgendwo kommt sicher einer zu rennen. Ich glaube, ich lasse mal nachher. Zum Glück hat man da... ...unbegrenzte Munition. Ich bin jetzt Puls! Ich bin jetzt Puls! Ich kann doch mal auf jeden Fall, Mann, oder? Fülle, ich bin! Hörn! Ich bin jetzt Puls! Ich bin jetzt Puls! Ich bin jetzt Puls! Woops. Woops. Hehehehe. Otsch. Okay, das wollen wir jetzt mal. So. Ich muss mich hier schnell wieder entwirren. So. Weiter geht's. Hey! 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 So. Sehr schön. Läuft doch! Läuft doch! Und down. Wahrscheinlich da oben oder da hinten. Ohli! Ohli! Yeah, Brudi! Exit. 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 Exit zu. Exit zu. Ja dann schauen wir mal weiter da. Exit. Exit zu. Da kommt doch irgendwie raus, oder? Da ist zu. Heissen dir schlacht. Das Geräusch gehört mal. Schreibe. Ok. Ok. Dann nehmen wir noch ein weiter. Yo! Das ist der Lammbein, die Merkast. Holy shit, nicht jemand! Use cover to close in! Alter, nicht im Ernst! Ihr rennt doch ein fucking Schaden! Ihr rennt doch ein fucking Schaden! Ihr rennt doch ein fucking Schaden, Mann! Oh, du Hund! Dann kommt er wo hinten, Mann! Oh shit, 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 shit! Oh shit, 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 shit! Ich kann nicht rennen! Au, au! Ui, der war jetzt bitter! Die Kommission Helipad! Oder läuft doch was rot! Hat die Stadion auch ein? What? 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 Whoo! Where? Was zum Fick? Du beschuld, Mann! Du ganzerlei! Du Hund! ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Grusige, jetzt bist du für einen Mann Stimmt, du hast nicht gelogen All I need to do is wait Set, relax Think about how to find out who you are Yeah, yeah Ups Ich habe deine Kunst kaputt Yo Oh Das Teil kannst du Ey, jetzt können wir sie sich abholen Wolltest du mich jetzt echt verarschen, Mann Scheiss New object Prepare Crawler Das ist ein Crawler Ups Was ist das, Mann Das ist irgendwie Ah, kann man Ey, das zeigt sich ja sogar an, Mann Und jetzt? Alter, nicht im Ernst Alter, nicht im Ernst Hahahaha Jetzt können wir hier wahrscheinlich Pups hineinzrennen, Mann So geil, das hat funktioniert Tatsächlich Gerne Wirklich nicht Hey, du Grusige Pick up, Vask, Notebook and ID Card Oh, die tun wir wieder da rein Oh Ich habe es doch gehört Und gewusst Scheisshaufen Aber du bist tot, hm? Du bist tot, du scheisshaufen Scheisshaufen Bitch Okay Leave the building through the lobby Jetzt müssen wir mich da schnell wieder Sorry, Leute Entwickeln Ich muss mich entwickeln Ah, so schlecht Ah, jetzt ist es nicht offen, hm? Ah, richtig schlecht Richtig schlecht Richtig schlecht Richtig schlecht Richtig schlecht Richtig schlechten Richtig schlechten Agent Ja, stirbt, Mann Es läuft nicht Das Blut Da können wir die alle nicht springen wie Arlöch Da gehörst du eben über 100 Kilometer Da bist du im Griff? Ich habe etwas gehört, aber es war glaube ich in meiner Wohnung. Alter fucking liebe Scheiss VR man. Das macht einfach nur Bock. Macht einfach. Ich bescheide noch einmal. Ich habe schon gedacht. Und jetzt oben oder hinten. Exit, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Richtig Exit. Ah die geht auch auf die andere Seite. Ah wieder super. Geile Stegenhaus. So wieder entwickeln. Also Stegenhaus ist der Tod für das Kabel. Das ist richtig. Ah schau da. Ah das haben wir ja vorher sogar gesehen. Okay. Ja man hört jetzt die Karte nehmen. Und boop. Jetzt haben wir es. Okay. Ah jetzt sind wir. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Das ist verdammt geil. Da erwartet jetzt sicher auch wieder jemand. Hey. Hey. Don't move. Shit man. Vielleicht ein wenig leicht in Deckung oder so wäre nicht schlecht. Stopp. Nice. Okay. Gehören aber noch. Schritt. Irgendwo. Oder ich weiß nicht. Ist das sonst irgendein. Komisches Geräusch gewesen. Ich glaube Leute. Was ist das? Ich glaube Leute. Ah das Ding. Ja Bruder. Ich würde sagen. Du musst schon ans Andenken hinterlassen. Du musst schon ans Andenken hinterlassen. Tipptopp. Du musst schon ans Andenken hinterlassen. Ähm. Ja. Ha. Tatsächlich. Wie geil ist denn das man. Wie geil ist das. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sehr schön. Grosser Dank an ANB. Seth. Für die geile Mod. Macht Bock. Es gibt noch einen zweiten Teil. Ich denke. Ähm. Das werden wir auch noch durchfetzen. Weil es ist richtig nice man. Es hat sogar geklappt. Beim ersten Mal auch nicht sterben. Huren geil. Cool. Wenn es euch gefallen hat. Hinterlädt einen Daumen. Und ein Abo. Und schreibt etwas in die Kommentare. Und. Wenn ihr noch mehr VR Videos in Zukunft sehen wollt. Meldet euch bei mir. Schreibt was ihr sehen wollt. Ich bin voll dabei. Voll begeistert. Einfach nur nice. Und äh. Ja. Helllife Alex. Besten Mann. Besten. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah. Wir sind wieder so. Geil. Also. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Boop boop boop. Piep piep piep. Piep. 1. 2. 2.